Hallo, ich bin Vanessa Strebel und Polygrafin bei der SFGM. Damit bin ich dafür verantwortlich, dass alle Flyer und Prospekte immer schön daherkommen. Die SFGM bedeutet für mich bald die Kompetenz rund um die Immobilie. Also, was macht ein Grafiker wahnsinnig? Jedes Mal, wenn jemand eine Schrift verzieht oder schreckliche Farben zusammenmischt, brüllt irgendwo ein Designer. Hat Ihnen das Video gefallen? Möchten Sie Ihr Fachwissen im Immobilienbereich verbessern? Besuchen Sie dazu unsere Fachkurse auf sfgm.ch a